Servus Leute und willkommen zurück zu Total War Rome 2. Ja, erstmal Runde beenden, dass wir schön in einen Rundenwechsel starten. Ja, wir haben ein bisschen unsere Front organisiert in der letzten Folge und die letzte Siedlung von Pontos vernichtet. Oder eingenommen halt, nicht vernichtet. Ja, mehr haben wir eigentlich nicht gemacht, ne? Weiß gar nicht, was wir heute machen. Wir werden vermutlich dann trotzdem bald mit dem Krieg gegen Parathien anfangen müssen. Auch wenn du uns dann vermutlich die halbe Welt hasst. Aber naja. Das bringt mir rein gar nichts, Jungs. Wisst ihr das? Wir sind auch die defensiven Verbündeten. Der Kimmerer, der ist ein bisschen blöd. Was uns denn... naja, obwohl ich kann die sowieso nicht angreifen, weil wir sonst die Kelten gegen uns haben. Und die will ich auf jeden Fall lassen. Oh, Britannien ist nicht... not amused. Was ist los? Was habt ihr denn? Warum ist die öffentliche Ordnung so mies? Verarmung minus 56. Holy! Ich glaube, ich habe da ein bisschen übertrieben. Kann das sein? Wir haben eh genügend Nahrung. Dann mache ich das mal so. Dass wir eins von diesen Feldern wieder abreißen. Okay. So, hier geht's. Da wird noch ausgebaut. Ach ja. Ist die... Sind die Leute wieder ein bisschen angepisst? Macht nix. Nicht so tragisch. Samandar, du, wo... Warum steht die Armee eigentlich hier? Wo sollte die hin? Samandar, wo wollten wir die denn hinziehen? Ich weiß es gar nicht. Die kann aber übers Meer theoretisch nach Aktau. Ist auch kein Problem. Ich meine, was soll... Die habe ich ganz übersehen gerade. Kann das sein? Ich habe die Armee komplett aus dem Auge... Aus den Augen... Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Äh... Okay. Du ziehst ja nach Seloikea. Du kannst aber an sich auch gleich an die Grenze hier. Da ist auch eine Partha-Armee. Aber das ist gar nicht so tragisch. Die kann da ruhig existieren. Du bleibst in der Stadt. Weil du kannst sowieso innerhalb von einer Runde... Hier zumindest nach Susa und dann hier rüber. Nach Persepolis. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Das will ich jetzt hier. Ich wollte hier oben rauf. Du hier hin. Befestigte Stellung. Du bist eh schon in befestigter Stellung. Was ich mit dir mache, weiß ich nicht. Du kannst mal da bleiben von mir aus. Diese Armee kann... Wollte ich ja nach... Hier rüber ziehen. Oder zieh dich mal hier rüber. Ist ja egal. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit der machen soll. Wir haben zu viele Armeen. Also du sollst noch das letzte Stückchen bitte runterziehen. An die Grenze. Und du bleibst hier. So. Haben wir das schon mal. Ich weiß immer noch nicht, was das für eine komische Provinz ist. Ich meine, das ist eine ganz normale Provinz. Auf der Karte wird die aber irgendwie immer verpackt angezeigt. Hm. Wird schon irgendwie seinen Sinn haben, ne? Denke ich jetzt mal. Momentan passiert leider nicht viel. Wir müssen, glaube ich, wirklich mit dem Krieg beginnen. Ansonsten haben wir da wenig Chancen. Musste... Hatte ich noch irgendwo eine Armee unten in... Äh... Moment. Am Nil da unten. Da sind ja auch Parater-Provinzen bei den Ägyptern da. Hatte ich da noch eine Armee? Ich glaube, ich hatte da eine stehen lassen, ne? Warum habt ihr nicht bei euren Freunden Hilfe gegen diese Leute erzählt? Ja, von mir aus, wenn ihr so ein Pich drauf seid, den Krieg gegen Pontos einzutreten... Ich meine, für 2000, who cares? Dann können sie von mir aus vielleicht die... Äh... Die letzten Pontos-Armee noch vernichten. Dann haben wir die los. Das wäre auch schon mal ein Erfolg. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier eine Armee hatte. Ich glaube aber schon. Myos Hormos gehört ja den Ägyptern. Dios Polis gehört uns. Wir hatten hier unten noch eine. Gut. Die könnten wir an sich auch mal Richtung Meroe ziehen. Und hier in befestigter Stellung verbleiben lassen. Ach guck mal, klappt sogar mal. Und der Rang wurde erhöht. Super. Ach guck mal, das ist perfekt. Äh, okay. Die Siraken haben aus unerfindlichen Gründen schon wieder eine Nahrungsmittelknappheit. Wie auch immer, die das ständig schaffen. Irgendwas, äh... Naja, keine Ahnung. Ist mir ein bisschen ein Rätsel, warum die ständig irgendwelche Probleme haben. Ja gut, Nahrungsmittelknappheiten haben wir ja auch ab und zu mal. Das ist jetzt gar nicht so schwierig, das hier beizuführen. Ich glaube, Partien wittert was. Eventuell. Man weiß es nicht. Verdammt. Ja gut, wenn wir uns unsere Stellung halt nicht mehr ändern, die Runde ist jetzt blöd gelaufen. Naja, macht nix. Äh, hier unten, die hatte ich schon alle in befestigter Stellung. Na genau. Super. Finde ich cool. Wie steht denn Partien momentan zu uns? Ihr sollt die Freude meinen. Äh, freigelassene Truppen von Athen, aber ich hab keine Abneigung wegen... Ja, wir kündigen jetzt erstmal die ganzen... Pakte. Im Namen meines Herren werde ich euch noch vor Sonnenuntergang eine Fähre anbauen. Der Marktplatz wird verstummen und viele werden trauern. Nun gut, unser... So, jetzt dürften sie uns nicht... Nee, jetzt mögen sie uns nicht mehr so gern. Gebrochene Abkommen mit Partien 130. Holy. Das wird jetzt dann witzig. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das schaffen, gegen Partien zu bestehen. Ich bin auf jeden Fall aber gespannt, wie es läuft. Nein, wir sind ihnen auch überlegen, aber die können sich auf jeden Fall noch wehren. So, ein natürlicher Tod. Irgendjemand ist schon wieder gestorben. Mein Gott, die Leute verrecken hier. Das ist ja Wahnsinn. So, auf Twitter wird sich schon wieder bei Regen gefreut. Ich mag den Sommer zwar auch nicht wirklich, aber ich weiß nicht, was alle immer geil an Gewitter finden. Ich finde das nicht so geil. Nachdem es uns mal einen Fernseher komplett zusammengehauen hat durch einen Blitz. Also durch Überspannung nicht direkt. Blitze sind nicht direkt eingeschlagen, aber ein Satz, mein Fernseher zerlegt durch Überspannung beim Gewitter. Seitdem bin ich dann ein bisschen vorsichtig und schalte auch meinen Rechner aus, wenn irgendwelche Gewitter kommen. Deswegen mag ich Gewitter nicht sonderlich. Weil ich dann nichts machen kann, außer lesen. Oder mit dem Laptop rumgurken, das geht auch. Aber der hat halt leider nur für zwei Stunden Akku. Also kann man auch nicht so viel machen damit und zocken schon gleich gar nicht. Kann man vielleicht ein paar Videos schauen damit. Also die Armee kann man hier ran jetzt. Ich kann aber die Störung wieder mal nicht wechseln. Das ist doof. Wie sieht es jetzt eigentlich mit Pontos aus? Könntet ihr die vielleicht mal vernichten, die letzten Pontos-Leute? Ich meine, so viele sind es jetzt überhaupt nicht mehr. Also gut, früher oder später verschwinden die sowieso. Weil halt durch den Verschleiß hier einiges drauf geht von denen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die Folge noch den Krieg erklären werden. Das werde ich gleich sehen dann. Ich muss auch mal schauen, was Partier noch für Bündnisse hat. Es kann nämlich gut sein, dass da ein paar andere Völker mit drin hängen, die wir eventuell dann auch gegen uns aufbringen. Ich hoffe mal nicht, dass die Kelten mit drin hängen, sonst haben wir ein Problem vielleicht. Ach, natürlich schon wieder ein Elendsviertel. Ich bin so ein Held und vergesse das ständig. Werde ich etwa von Fremdländern gestört? Wenn ihr... Ach guck mal, der Arachosian ist nicht mehr beigetreten. Und Kartago ist uns nicht beigetreten. Das heißt, Kartago wird vernichtet. Haben wir gleich unser Ziel für später. So, die beiden Armeen können aus ihrer Stellung raus und dürfen Armeen angreifen. Die eine holt sich Sarai und die andere zieht durch und rückt gleich weiter vor. Und zwar in Richtung... Hier gibt's kein... Nein, das ist eh schon unser Land. Die eine zieht nach Kat. Aktau übernehmen wir nämlich mit der hier. Wobei ich die jetzt übers Meer führe. So quer drüber. Gut, diese Armee zieht auch weiter. Und zwar nach... Zadrakarta. Interessanter Name. Die Armee zieht nach Gazzaka. Ziemlich überfallartig gerade, ne? Also ein bisschen Blitzkrieg. Bisschen Blitzkrieg, würde ich mal sagen, ne? Kleines bisschen. So, die Armee hier zieht nach Egbatana. Das kann man hier alles mit so einem wunderbaren Akzent aussprechen. Das ist der Wahnsinn. So, da wehren sie sich ein bisschen, aber auch hier können sie nicht viel gegen uns ausrichten. Egbatana ist unser. Ich muss nur dann auf jeden Fall aufpassen, dass die ganzen Städte umgebaut werden. Sonst haben wir hier ein gewisses Problem. So, das, das, das und das abreißen. Das ebenfalls abreißen. Und hier machen wir noch Unfriksch rein. So, das dürfte die Provinz gewesen sein, oder? Ich muss mal kurz durchschauen. Gazzaka, das, dann war hier noch oben eine, ne? Genau, Sarai müssen wir auch noch umbauen. Was ist das eigentlich? Ein Brunnenindustrie. Warum ist ein Brunnenindustrie? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. So, hier können wir mal umbauen auf sowas und hier auf so ein Schrein. Da können wir, so. Es wird jetzt vermutlich ein bisschen hier zurückgehen mit der öffentlichen Ordnung. So, die nehme ich mal besser aus der Stellung raus. Das könnte ja nicht böse enden. Ja, gut. Dann wollen wir mal weiterschauen. Hier haben wir mit drei Armeen ja so einen gewissen Vorteil. Du ziehst nach Eu-Dämon. Dämon-Schwarzfeuer, oder? Oder Demon-Tools, je nachdem. Du ziehst nach Marib. Und holst dir die Stadt auch gleich. Irgendwie hat die von Patien mehr gegen wir erwartet. Aber gut, das kann auch kommen. Ich sag da jetzt mal, besser noch nicht so voreilig was dazu. Das wäre nämlich ein ziemlicher Fehler, hier voreilige Schlüsse zu ziehen. Da kann man nämlich ziemlich schnell aufs Maul fliegen dabei. Hier, das kann alles abgerissen werden. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht wieder irgendwelche Elendsviertel bekommen. Das kann ja durchaus passieren. So, Maskat wird von dieser Armee angegriffen. Oh, Hi-Flotte. Ich glaube, da könnten wir Verstärkung brauchen. Wir wehren sich ja doch. Bisschen zumindest. So, die Stadt gehört auch uns. Können sie auch befreien, aber das bringt mir nicht viel. So, ich würde sagen, es ist entweder jetzt unser Untergang eingeleitet oder der von Patien. Ich hoffe mal, der von Patien. Unserer wäre ein bisschen schlecht fürs Let's Play vielleicht. Die holen wir uns gleich noch, die Stadt. Dann haben wir auch die ganze Provinz hier. Und da sich Kartago uns nicht anschließt, wenn wir hier wieder Ressourcen frei haben, wenn wir das Gebiet haben, kann ich ja da ein paar Armeen abziehen. Dann kann ich auch gehen Kartago ziehen. Oh, Gebhard, Hildebald und Dagobert wollen aufsteigen. Okay. Gut zu wissen. Das sind alles noch recht neue Kommandanten, deswegen steigen die auch recht schnell auf. So, und noch einer. Die Fütterer der Kriegsmitglieder. Hätte ich eher eine Flotte. Okay. Warum ist hier ein Bild von dem Tier bei Vertrefflichkeit? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? So. Dann wollen wir mal. Tod und Verderben können wir ja ganz gut bringen. Das geht. Wobei, wir sind ja brav und bauen alles fleißig wieder auf. Und Patien lädt schon um Frieden. Das finde ich natürlich irgendwie cool. Dann werden sie sich jetzt vermutlich wehren. Gehe ich mal von aus. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Moment, bis die Runde vorbei ist. Da muss ich nichts machen. Prost. Bei den Temperaturen mag ich Wasser wieder. Wasser hat die Eigenschaft, das erfrischt auch, wenn es warm ist. Bei Cola oder so ist es ja so, das kannst du warm nicht saufen, weil das ist grausam. Warmes Cola, gibt nichts Schlimmeres. Aber Wasser erfrischt auch, wenn es warm ist. Selbst wenn es warm ist, noch zu einem gewissen Grad kühl. Das hat da einen gewissen Vorteil. So, hier können wir mal das so ausbauen, das so. Das wird alles umgebaut, beziehungsweise abgerissen. So, wunderbar. Dann haben wir die Provinz schon mal fertig. Dann kann die Armee, wenn hier alles umgebaut ist, auch schon mal Richtung Kartago ziehen. Du verfolgst uns hier, oder was ist da los? Oe, Dämon wird jetzt aber uns gehören. Die Armee kann dann zum Beispiel auch schon abziehen. Also die brauche ich hier nicht so dringend. Ich glaube, ich rücke mit mehr als genug Armeen Richtung Kartago. Da brauche ich es nicht noch übertreiben. Machen wir das mal so. Das wird abgerissen. Das wird ein Fischerdorf. Und ein paar Schreine. So, Marib. Diese Armee bringe ich mal lieber aus Verstärkung Richtung Maskat. Weil ich das Gefühl habe, die wird da gebraucht. Wobei, die Flotte ist gerade abgezogen. Das war natürlich eine sehr intelligente Aktion jetzt partieren. Ja gut, dann holen wir uns Maskat. So ist es nicht. Beschwer ich mich jetzt nicht. Wenn ihr uns die Stadt schenkt. Das macht die K.I. ja gern. Habe ich so im Gefühl. So, dass wir wieder ein bisschen Zufriedenheit hier bekommen. Na gut, dann kannst du dich... Naja, das bringt mir auch nichts, wenn... Ich lasse die mal in Marib stehen. Einfach aus Revolutionsgründen eventuell. Man weiß ja nie, was da so auf uns zukommt. Dann kannst du nach Kart. Du wirst erstmal ebenfalls nach Kart ziehen und dann mal schauen, wohin weiter. Weil die andere, die kümmert sich am Aktau. Du kannst eigentlich auch in doppelter Geschwindigkeit hier rüber rushen. Nächste Runde müssen wir es dann nur wieder abschalten. Weil sonst haben wir ein Problem. Dann können wir hier weiter vorrücken. Du wirst erstmal jetzt diese Armee... Oh gut, du kannst dich nicht bewegen, du wurdest sabotiert. Okay, dann halt nicht. Diese Armee wird sich hier... Ach, guck mal, die kann also ziemlich weit rücken, ne? Die kann nach Raga vorrücken. Tut sie auch. Oh, in your face. Oder in your neck, besser gesagt. So, Raga gehört uns. Gazaka wird so umgebaut. Ah, guck mal, jetzt können wir eine Waschrinne umbauen. Machen wir mal. Ich hoffe, das haut uns die öffentliche Ordnung nicht so sehr runter. Wie ich es befürchte. Gut. Diese Armee kann dann theoretisch nach... Oh, Moment, wir haben ja noch eine Armee vergessen. Die hier. Die kann dann nach Gor. Du rückst nach Susa. Ach, da geht eine Straße rüber. Dann ist das ja perfekt. Es läuft bisher gut. Und ich mache dann auch gleich eine Aufnahmepause. Ich sehe gerade, ich bin schon eh schon wieder bei 16 Minuten. Ja, mache ich jetzt auch. Man sieht sich morgen in der nächsten Folge. Bis dahin. Servus. 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 Servus.